Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und heute freue ich mich sehr auf eine Superhändlerin. Herzlich willkommen, Manuela Sikorski. Wie geht's dir und wo bist du? Danke, Nico. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich bei dir sein darf und ich befinde mich jetzt in meinem Ladengeschäft in Berlin in der Suarezstraße 58. Und das ist das Chalet Antique, richtig? Genau. Das ist das Chalet Antique. Du hast zwei davon, ne? Ja. Ich habe einen Hauptladen, da befinde ich mich jetzt und dann habe ich noch in der Suarezstraße 62 einen zweiten Laden. Den führe ich ähnlich, ein bisschen anders. Ja, aber hat natürlich auch meinen Touch. Und seit über 30 Jahren hast du das Geschäft schon, ne? Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. 30 Jahre. Das ist schon eine Menge. Also ich glaube, das sind schon fast... Ja, das Geschäft habe ich jetzt, ja, über 30 Jahre und ich mache das schon seit 35 Jahren. Also ich habe mal angefangen, einfach mal so Flohmarkt zu machen, ne? Flohmarkt. Was hättest du denn damals getippt, wie viele Jahre du das Geschäft so machst? Hast du so eine Idee oder war das auf unbegrenzte Zeit? Eine Idee hatte ich überhaupt nicht. Ich bin da so reingeflutscht irgendwie, sage ich mal, durch einen Zufall einfach. Mein Onkel hat das damals auch gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir machen mal Flohmarkt. Ich hatte damals noch nicht so richtig viel Zeit, aber mein ehemaliger oder damaliger Lebensgefährte, was später dann auch mein Mann wurde, der hat das dann mit meinem Onkel zusammen gemacht. Ich habe aber immer schon von Anfang an mit die Ware besorgt. Und irgendwann habe ich dann auch meinen Job aufgegeben. Dann haben sie mich schon gedrängt. Mach doch mal einen Laden. Ja. So ist das dann entstanden. Und dass das so lange wurde, habe ich natürlich nicht dran geglaubt. Ich glaube, da denkt man auch nicht drüber nach, wenn man so jung ist. Da macht man einfach was, was einem Spaß macht. Welches war denn mit Abstand das schlimmste Karrierejahr von dir? Das schlimmste Karrierejahr? Da muss ich überlegen. Also ich glaube, dieser Antiquitätenbereich, da gab es ja immer Wellenbewegungen. Da gibt es also Einschnitte, so wie damals dann auf einmal der Euro kam oder der Golfkrieg. Das waren alles so Ängste. Auf einmal ging das, zack, kamen keine Kunden mehr. Und aber gerade so, wo der Euro kam, da hatten wir schon einen Cut. Anfangs ging es noch und dann ging das runter. Und wie schlimm ging es runter? Ja, das haben wir schon alle gemeistert. So schlimm ging es auch nicht runter. Aber der, also alleine der Umsatz, der war einfach viel, viel weniger. Da musste man sich drauf einstellen. Und es gibt ja dann auch so, ja, so Veränderungen. Also alles, was ich jetzt vor 20, 25 Jahren gut verkaufen konnte, das liegt heute in den Kisten rum. Der Markt hat sich verändert. Und da muss man mitgehen. Und das kann ich eigentlich ganz gut. Sehr gut. Und viele kenne ich natürlich aus, die Superhändler. Hier räume ein Deal. Wie bist du denn da dazu gekommen? Das war auch so ein Zufall. Also ich habe eine E-Mail bekommen von einem Redakteur der UFA. Und die wollten mich halt gerne dabei haben. Und dann habe ich überlegt, mache ich das, mache ich das nicht, weil ich bin da vor die Jahre auch schon öfters mal angerufen worden von anderen Produktionsfirmen, ob ich was im Fernsehen mache. Und da habe ich immer gesagt, mache ich auf gar keinen Fall. Ich habe mir teilweise das noch nicht mal angehört, was da, was das für Sendungen waren. Und naja, und diesmal war es so, die Mail hat sich ganz nett angehört. Und die hatten ja auch schon mal einen Link für mich, weil dieses Format gab es ja schon in England. Und da konnte ich mir das mal angucken und habe gedacht, ist eigentlich ein cooles Format. Da habe ich noch mal kurz nachgedacht und habe gedacht, komm, jetzt meldst du dich da mal. Er hat so nett geschrieben. Und wenn du dich auch nur mal meldest und so. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und ja, daraus ist dann sowas entstanden. Das hätte ich tatsächlich niemals gedacht. Ich dachte, ich gehe da mal hin, gucke mir das mal an. Ja, und dann ging das los. Pilot. Und ja, und dann sind wir ja gleich in die erste Staffel dann gegangen, 2018. Erzähl mir mal von den Piloten. Wie war denn das? Du kamst an und warst schon direkt, hattest du eine Vorstellung? Oder hast gesagt, Hilfe, was mache ich hier? Ich weiß auch nicht. Ich war so mutig. Ich habe gedacht, gut, ich gucke mir das mal an. War natürlich aufgeregt, aber muss gestehen, als das dann losging, war das relativ locker. Also ich bin da ganz schnell so reingewachsen. Und das Schöne daran war ja, es war für alle neu. Für die Ufa war es neu. Also die hatten auch ganz viele Fragen an uns. Und sie wussten auch erst nicht genauso, wie wir Händler waren ja neu. Wir waren ja nur zu viert. Davor war ja noch das Casting. Und ja, das war aufregender als dann, wo der Pilot anfing. Als du bei den Superhändlern angefangen hast, hast du dir selber gesagt, okay, ich gebe nur so und so viel Geld aus? Oder hast du gesagt, mal gucken, wie viel gebraucht wird? Nein, ich habe mir natürlich keine Summe gesetzt, was ich jetzt ausgebe. Das macht man auch immer so abhängig davon, was für Ware angeboten wird. Und anfangs beim Piloten waren das auch noch nicht so teure Objekte. Also da ging das eigentlich noch. Und auch wenn ich also jetzt dabei bin, da gibt es dann Situationen, auch wenn teure Sachen kommen, wenn ich die haben will, dann will ich die einfach haben. Und da mache ich mir keinen Kopf da drum. Dann will ich die einfach kaufen. Was war denn der höchste Preis, den du bisher gezahlt hast und wofür? Der höchste Preis, ja, so hohe Sachen haben wir gar nicht. Aber ich glaube, 1800 Euro. Also mehr nicht. Das sind schon mal so oder 2000 Euro. Und das andere habe ich halt nicht bekommen. Und weißt du noch, wofür du das ausgegeben hast? Ja, einmal habe ich, nee, das letzte habe ich für von Mel Ramos drei Lithographien ausgegeben, 1800 Euro. Und hast du die schon weiterverkauft oder hast du die privat irgendwo hingestellt? Die habe ich mir erst mal privat gesichert. Das ist auch noch nicht lange her. Also ich habe die noch nicht lange. Und wahrscheinlich werde ich sie auch behalten. Und wie läuft das ab, wenn du das gekauft hast und das wird im Fernsehen ausgestrahlt, kommen dann ganz viele Leute und sagen, hey, Manu, wir wollen genau das und das haben. Oder passiert das gar nicht? Gibt es da gar keine Resonanz in der Form? Doch, das gibt es schon. Also die Leute mailen mich entweder an oder über WhatsApp oder telefonieren mit mir und fragen dann natürlich, was es kostet. Die haben Interesse. Doch, das kommt schon vor. Also bei interessanten Sachen kommt es immer vor. Und hebst du denn die Sachen nach dem Dreh dann direkt auf oder ist das dann Glück, wenn es noch da ist? Es kommt darauf an, was das für eine Ware ist. Es gibt halt Sachen. Erst mal bleiben die Sachen natürlich auch noch in Köln. Bis die dann bei mir in Berlin sind, das dauert ja noch ein Weilchen. Und wenn ich irgendwelche Sachen selber so spannend finde, die bleiben dann erst mal bei mir. Entweder schafft es dann irgendjemand, mich doch zu überzeugen, das zu verkaufen oder ich mache es einfach nicht. Also manche Sachen behalte ich. Und weißt du grob ungefähr, wie viel Geld du bei den Superhändlern bisher ausgegeben hast, so insgesamt? Das weiß ich nicht. Eine Menge. Ich müsste es eigentlich mal zusammenzählen, weil ein Kollege, der hat das mal gemacht und da habe ich bald einen Schock gekriegt. Und ja, nee, das habe ich einfach noch nicht gemacht. Also ich gebe schon eine Menge daraus, klar. Würdest du dir auch wünschen, dass noch mehr als eine Frau pro Folge da ist? Oder gibt es mittlerweile schon Folgen, bei denen nochmal zwei Frauen oder drei da sind? Mittlerweile haben wir ja tatsächlich Folgen, wo schon mal drei Frauen zusammen sind. Ja, das ist die Ausnahme. Oder manchmal sind wir auch zwei. Wir sind ja mittlerweile viel, viel mehr. Wir waren ja, also anfangs in der ersten Staffel war ich ja die einzige Frau und auch die drei Männer, die dabei waren. Das war ja so eine Crew, die sollte auch erst viel, viel länger bleiben. Aber das ging dann auch nicht. Also ich habe dann auch eine kleine Pause mal gemacht, weil die erste Staffel habe ich ja komplett durchgedreht. Das ging ja über Monate und ich konnte mich ja gar nicht mehr um meinen Laden richtig kümmern. Und da habe ich auch gesagt, das kann ich nicht leisten, das geht einfach nicht. Und mittlerweile sind wir Gott sei Dank genug Leute auch. Es kann ja auch mal jemand krank werden. Kann ja alles mal passieren und dann braucht man ja Ersatz. Und in der ersten Staffel haben wir auch gar keinen Ersatz gehabt. Und du bist aber ja nach der kurzen Pause in der zweiten Staffel zurückgekehrt. Ja. Ich habe das ja auch angesagt. Also ich habe die, die, ne die zweite Staffel habe ich ausgesetzt. Erst wollte ich nicht die ganze aussetzen. Habe es dann aber doch gemacht, weil ich einfach diese Zeit brauchte für meine ganzen Geschichten. Und dann bin ich halt in der dritten Staffel wieder eingestiegen. Und was hatte sich dann in deinem Leben geändert? Weil du bist ja, seitdem bist du ja da. Hast du irgendwas anders gemanagt oder war es leichter? Es ist jetzt natürlich viel, viel mehr zu tun. Ja, also das ist schon so eine Doppelgeschichte. Also wenn ich dann hier nicht im Laden bin und dann drehe, das läuft ja alles parallel. Ja, auch wenn ich hier jemanden dann drin habe, der mich dann irgendwie oder diejenige, die mich da irgendwie unterstützt. Aber ich drehe dann ja meistens von Montag bis Freitag. Dann setze ich mich in den Flieger. Dann bin ich Freitagabend wieder zurück. Samstagfrüh bin ich hier im Laden, weil Samstag ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Tag. Und dann wissen die Leute auch, ah, dann ist sie ja wieder da. Und dann bin ich meistens bis abends noch beschäftigt im Geschäft. Ich muss ja auch meine Buchführung und alles noch machen. Und Sonntag packe ich dann wieder. Und dann sitze ich wieder im Flieger. Das fliegt nach einem straffen Programm. Wie sieht denn so ein Drehtag aus bei den Superhändlern? Wann kommst du an und was passiert dann so nach und nach? Ja, ich werde immer um 7.10 Uhr abgeholt von unserem Fahrer. Und dann gehe ich in die Maske. Ich bin natürlich als Frau dann die Erste da. Und dann sitze ich immer eine gute Stunde in der Maske. Danach ist dann halt Kostüm. Dann ziehe ich mich um. Ja, und dann haben wir Regiebesprechung. Und dann geht es auch schon los. Und das ist ziemlich durchgetaktet, muss ich sagen. Also wir haben da keine große Pause. Wie viele Objekte seht ihr denn an einem Tag? Wir haben meistens so zwischen 5 und 7 Objekte. Obwohl 7 sind schon hart. Also da sind wir alle nicht glücklich drüber. Wir sehen schon immer zu, dass wir nur 6 haben. Also das ist noch in Ordnung. Aber 7 ist dann schon heftig. Da kann sich auch kaum noch einer konzentrieren dann abends. Und jetzt ist es ja so, wer die Show noch nicht kennen sollte, da kommt ein Mensch. Und der hat ein Stück, was er verkaufen möchte oder sie. Und ihr seht das alle einmal. Dann geht ihr in die jeweiligen Räume. Und dann geht die Kandidatin oder der Kandidat nach und nach, mit Glück manchmal sogar, durch alle Räume. So, wie muss ich mir das denn vorstellen? Ihr seid alle draußen. Jetzt gehst du rein. Wie viel Zeit vergeht denn da teilweise, bis dann dieser Mensch mal bei dir landet? Wenn du nicht der erste oder zweite Raum bist? Das kommt darauf an, wie der Mensch dann die Reihenfolge gelegt hat. Erst muss ich ja reingehen und mir dann ganz schnell überlegen, was schreibe ich jetzt auf die Tafel? Also das ist das Erste, was ich dann mache. Dann schreibe ich schnell was auf die Tafel, lege die weg, meine Kopfhörer ins Ohr. Und dann warte ich halt. Wenn ich als Erste dran bin, dann geht das ja ziemlich schnell. Wenn ich erst dann als Vierte gesetzt werde, dann braucht das schon mal eine Weile. Und dann kommt es darauf an, wie die Verhandlungen in den anderen Räumen waren. Manche quatschen ja auch gerne lange. Dann kann das schon mal was dauern. Aber meistens geht es relativ zügig. Und was war so die längste Wartezeit, die du mal hattest? Oh, ich glaube, ich habe mal also mindestens eine halbe Stunde gewartet. Und das ist dann schon lange. Ja, vielleicht waren es auch 40 Minuten. Also das war, ja. Und darfst du dann in der Zeit denn auch ein bisschen normal was anderes arbeiten? Also den Laptop schnappen, ein paar E-Mails beantworten oder musst du dann da sitzen und hören, was über die Kopfhörer kommt? Naja, ich habe, nein. Wir haben ja Musik über die Kopfhörer, aber ich kann mir natürlich auch, wenn ich Lust habe, einen Film angucken oder nebenbei eine E-Mail bearbeiten. Das mache ich auch, klar. Und die Musik, die du da auf den Ohren hast, wählst du die selber aus oder ist das so das Beste von heute, 80er, 90er? Mittlerweile dürfen wir die selbst auswählen. Also früher waren wir dann verdammt und mussten dann das alles hören, was uns da in die Ohren gegeben wurde. Und das war manchmal schon ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Und wenn jetzt so eine Drehwoche durch sind, wir haben ja jetzt gehört, das ist wahnsinnig viel und sehr, sehr lange. Bist du dann schon voller Vorfreude oder sagst du jetzt mal zwei, drei Wochen Pause? Wie ist das? Also bevor ich natürlich nach Köln fahre, wir haben ja jetzt immer so, wir arbeiten ja jetzt in Blöcken, dass jeder so ein paar Wochen dann hintereinander hat und dann machen wir erst mal eine Pause. Wenn ich weiß, dass ich wieder nach Köln fliege, da bin ich schon sehr aufgeregt und ich freue mich mega. Ich muss schon sagen, es macht halt auch Riesenspaß. Und gerade in der jetzigen Zeit, da haben wir so eine gefühlte Normalität, sage ich mal dort. Viele Leute, das ganze Team ist nett, wir verstehen uns mega gut. Das macht einfach Spaß. Wir sind da so wie so eine große Familie. Gibt es sonst irgendwelche Sendungen, die dir ähnlich schon mal aufgefallen sind im deutschen Fernsehen, die du vorher vielleicht auch geguckt hast? Du meinst jetzt mit Antiquitäten? Ja, natürlich. Natürlich kenne ich auch Bares für Rares. Logisch. Das kannte ich ja auch vorher schon. Und, ja, ich weiß nicht. Sonst gibt es da wohl auch noch einige. Da habe ich auch schon mal so reingeflitscht. Aber das ist natürlich das bekannteste Bares für Rares. Und ihr wurdet ja sicherlich auch schon häufig verglichen. Wie siehst du das? Ja, sicherlich werden wir verglichen. Jetzt machen wir ja mehr Unterhaltung. Bei Bares für Rares gibt es ja mehr Informationen, weil es da ja auch ein oder mehrere Experten gibt, die das machen. Das ist da natürlich ein bisschen anders. Es ist ähnlich, aber man kann es nicht so richtig vergleichen. Und der eine sieht dieses lieber, der andere das. Und es sind auch ganz, ganz viele Zuschauer, die beides gerne gucken. Es ist noch nicht lange her, da stand bei Schügrü ein riesiges Rentier mit einer roten Nase. Was hast du denn gedacht, als du das gesehen hast? Also dieses Rentier, dieses Riesenvieh, ich fand das schon cool. Ich habe ja auch mitgeboten. Ich habe es ja dann nicht gekriegt. Aber so traurig, muss ich gestehen, war ich dann auch nicht hinterher, weil ich dachte, Mann, wo sollst du das hinstellen? Das wäre dann natürlich eine coole Dekoration für Weihnachten jetzt gewesen. Aber so im Laden, das hätte das hier schon gesprengt, muss ich sagen. Wenn man das draußen hinstellt, ist es natürlich cool. Und die Dame kam rein und sie wollte 1.000 Euro, glaube ich, von dir haben. Ich glaube, du bist fast vom Stuhl gerutscht. Du hast gesagt, das ist auf gar keinen Fall. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, muss ich jetzt gestehen. Wollte die 1.000 Euro haben? Ja, bei dir. Und dann ist es in jedem Raum weniger geworden. Ja, ich glaube, ich habe so um die 300 geboten. Genau, genau. Und der Markus Reinecker hat es dann gekauft. Weiß ich nicht, für 3,50 oder 3,60 irgendwie. Da kann ich mich noch dran erinnern, ja. Wie haben sich die Händlerinnen und Händler denn in den letzten Jahren verändert? Waren die am Anfang vielleicht ein bisschen schüchterner, sind heute mutiger oder sind die gleich geblieben? Natürlich haben sich die Händler verändert. Das war also anfangs, als wir angefangen hatten, ja, waren die natürlich alle noch nicht so mutig und auch ruhiger. Und so hat sich jeder für sich verändert. Also ich weiß nicht, ob ich mich so groß verändert habe, kann ich jetzt nicht so sagen. Auf jeden Fall bin ich grundsätzlich schon eine Person, die bleibt immer schön auf dem Boden. Und wie haben sich die Verkäufer und Verkäuferinnen verändert? Naja, es gibt jetzt halt schon, ja, die Verkäufer und Verkäuferinnen, ich weiß nicht, ob die sich so viel verändert haben. Es sind halt andere dabei. Es kommen ja immer mehr dazu und sehr oft auch sehr witzig oder manche kommen ja öfters zu uns. Die sind dann natürlich schon fitter. Die trauen sich auch schon mehr. Die wissen besser, wie sie uns zu nehmen haben. Ja. Und wie lange hast du Lust, noch Superhändlerin zu bleiben oder ist da für dich Aufhören gar keine Option? Also Aufhören ist wirklich keine Option, weil es macht mir sehr, sehr viel Spaß, egal wie anstrengend das ist. Nein, aufhören möchte ich nicht. Und Fernsehen mache ich sowieso mittlerweile gerne. Das hätte ich nie gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Und wenn jetzt, sagen wir mal, ein neues Antiquitätenformat kommt und die sagen, Mensch Manuela, wir hätten dich so gerne dabei. So, so gerne. Und du müsstest dafür aber bei den Superhändlern aufhören. Was würdest du sagen? Boah, das kann ich jetzt echt nicht sagen. Aber du schließt das nicht aus. Das müsste das ja dann schon so übertreffen. Aber das ist ja auch ein Risiko. Hier weiß ich, was ich habe. Und so bin ich dann auch. Da sage ich mir, hier weiß ich, was ich habe. Da weiß ich nicht, was ich bekomme. Und wir sind froh, dass du dabei bist bei die Superhändler 4 Räume 1 Deal. Manuela Schikorski, vielen Dank für deinen Besuch in der Web Talk Show. Ja, ich danke auch. War schön. Fand ich auch. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird für euch da draußen gilt. Die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber so viel zu tun. Packen wir es an. Bis zum nächsten Mal. So, ja, was soll ich sagen? Also, was ich ganz toll finde, dass durch unsere Formate, also unseres und auch andere Formate, dass da so junge Leute rangeführt werden, die das von zu Hause gar nicht kennen oder wo die nicht rangeführt wurden an Antiquitäten und die jetzt da mega Spaß dran haben und Interesse. Und das finde ich klasse. So, ja, was soll ich sagen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020